Heute? Heute geht's zurück in die Wüste. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute mit mehr sowas wie Teil 2 von dieser Sembo Cool Team Desert Rally Serie. Ich hatte euch ja in dem vorhergehenden Video diese beiden Sets hier vorgestellt. Einmal hier so ein kleiner Wüsten, ich sag mal Sportwagen. Es gab ja mal einen deutschen Sportwagenhersteller, der auch mal ganz gerne Rally gefahren ist. Haben ja gerade erst wieder eine Dakar Edition rausgebracht. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Geländewagen gehabt. Aber die Autos, so schön sie sind und auch voller wirklich toller Bautechniken sie sind, sind eigentlich nicht das Besondere. Das Besondere an diesen Sets ist eigentlich das, was mit dabei ist, wo man es draufpacken kann hinter das Ganze. Und zwar eine kleine Rennstrecke mit wirklich coolen Details. Also hier haben wir einmal hier das Start-Ziel-Tor, was wir dabei haben. Dann hier einen schönen Baum. Dann hier dieser Geier oder Adler oder was es auch immer sein mag. Super cool, einen Hasen, hier einen kleinen Skorpion. Also wirklich liebevolle kleine Details, die hier mit eingearbeitet worden sind. Und das zu einem wirklich Hammerpreis. So ein Set hat zwischen 270 und 360 Teilen. Und liegt bei AliExpresso bei 8 Euro Tralala pro Set. Inklusive Versand und Verpackung, die natürlich total verknautscht hier ankommt. Ist ja klar. Steine Qualität ist nicht Gobrix, aber gut. Viele Aufkleber. Also da halten sie sich an den Marktführer, was kleine Autos angeht. Wo sie sich nicht an den Marktführer halten, ist die Maßstabsgröße hier bei diesen Fahrzeugen. Die sind eine 4er-Noppenbreite und damit, ja, ich sag mal, ein ganzes Stück kleiner als die 8er von Lego. Nichtsdestotrotz schaffen die es wirklich hier in diesem kleinen Maßstab viele Details unterzubringen. Und auch wirklich tolle Bautechniken mit reinzubringen. Unter anderem auch durch Steine, die es so beim Marktführer gar nicht gibt. Und dadurch Bautechniken ermöglicht, die wir bei Lego so nicht kennen. Ja, jedenfalls die beiden hier, die hatten wir ja im anderen Video schon zusammengebaut. Und deswegen werden wir jetzt hier diese beiden hier bauen. Das sind die Artikelnummern 71 43 18 und 71 43 19. Ihr seht selber, also die Kartons sind so durchwachsend gut hier angekommen. Zum Weiterverschenken sollte man gucken, dass man sich anderer Quellen befleißigt. Wenn es für einen selber ist, ist es, glaube ich, völlig in Ordnung. Wenn es das eigene Kind ist und dem das eh egal ist und der Karton hinterher irgendwo im Müll landet, dann ist das auch in Ordnung. Interessanterweise habt in dem letzten Video in den Kommentaren eigentlich der Tenor folgendermaßen stattgefunden, dass der Vogel hier das Beste an dem ganzen Set war. Die Autos, die waren okay, aber die Platten hier, die sind viel beliebter bei euch gewesen. Und vor allem hier der Flattermann, der hat euch richtig abgeholt. Jetzt bei diesen Sets werden wir einmal einen Vogel Strauß mit dabei haben und ein Kamel. Und auch hier bin ich mal gespannt, wie sich da die Bautechniken so machen und wie gut das hinterher aussieht. So, starten tun wir mit dem Set Nummer 3. Die sind ja hier oben nochmal durchnummeriert. 1, 2, 3, 4. So, dass man dann hinterher schön zusammenstecken kann zu einer langen Strecke, wo man dann halt hier die Autos drauf aufbauen oder hinstellen kann. Das heißt, wenn ihr das hinterher in eine Vitrine packen wollt oder ins Regal, sieht das auch nett aus. So, die Stange hier, die war in der Tüte von AliExpress los drin. Ich vermute mal, die gehört hier zu. So, raus das Ganze. Und ja, das wird hier ein Hardboy-Offroad-Auto. Ein weißer Geländewagen. Schön eckig-kantig. Also entweder ist es ein Defender oder ich würde sogar eher so Richtung Landcruiser tendieren, der hier als Inspiration Pate gestanden hat. So, dann haben wir wieder hier eine Bauanleitung. Zweimal gefaltete Zettel. Finde ich doof. Ich hätte mir da jetzt eine klammergebundene Anleitung gewünscht. Die Anleitungen an sich sind aber gut verständlich. Kann man gut lesen. Kann man nachbauen. Ist soweit kein Problem. Ich würde jetzt dann hier mal die Tüten auf meine Tellerchen packen. Und wir fangen dann einfach mal an zu bauen. und gucken, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt. Ansonsten bringen wir hier dieses Projekt jetzt hier heute mal entspannt zu Ende. Hier sehen wir nochmal einmal das, was wir im letzten Video schon geschafft haben. Und hier nochmal die kleinen Autochin. Ihr seht hier die Windschutzscheibe von dem Geländesportwagen. Hier drei Noppen breit. Und hier der kleine Pick-up vier Noppen breit. Also das ist schon mal eine bisschen andere Größe. Ist jetzt nichts, wo man eine Minifigur reinprumeln könnte. Durch die, ich sag mal, ein bisschen ausgefalleneren Bautechniken. Vielleicht auch nicht 100% super stabil. Aber ich denke mal schon, dass Kinder da auch durchaus Spielspaß mit haben können. Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Aber ich glaube, dass die Hauptzielgruppe hierbei auch nicht Kinder sind. Sondern hier wirklich mehr die Erwachsenen angesprochen sein sollten. Dann haben wir hier unsere Teile auf dem Tellerchen verteilt. Schöne Farben dabei wieder. Nichts super Auffälliges, nichts Unnötiges. Dann haben wir hier den Aufkleberbogen. Aufkleber sind hier nun mal bei. Was ich persönlich mag, ist, dass die hier nicht irgendwelche Fake-Abwandlungen von irgendwelchen Markennamen oder sowas verwenden. Was ja oft bei den chinesischen Herstellern gemacht wird. Wenn das dann anstatt Porsche, Pirsche draufsteht oder irgendwie so ein Blödsinn. Und das haben sie sich hier geschenkt. Das sind alles unverfängliche Sachen, die da draufstehen. Das ist von daher auch kein Problem. Schütze Teil ist ein anderes Thema. Aber da werde ich mich nicht weiter dazu auslassen. Ich will es ja den Anwälten von Lego nicht einfacher machen, als es eh schon ist. So, dann haben wir jetzt hier die Bauanleitung. Ist wieder so ein, ich muss mal auf Weitwinkel gehen. Doppelte Größe von dem hier. Ich habe das jetzt einmal gefaltet und das zweimal. Also das ist natürlich ein Witz. Also ich verstehe nicht, dass sowas bei der Produktentwicklung durchgeht. Ja, sei es drum. Ist halt so. Würde 50 Cent mehr kosten, vielleicht oder einen Euro im schlimmsten Fall für eine vernünftige Bauanleitung hinter MVK hier in Deutschland. Zumal man das ja hier gar nicht aus Deutschland bestellt. Ich habe übrigens gerade hier nochmal geguckt, bevor ich jetzt hier angefangen habe zu bauen. Die Nicht-Verpackten sind mittlerweile bei AliExpress größtenteils ausverkauft. Die Verpackten haben so den Preis ein bisschen nach oben gesetzt. Die kleinen Schweinehunde. Wahrscheinlich haben die Spitz gekriegt, dass da gerade irgendwo was läuft. Und deswegen die Leute das kaufen, haben sie gleich bei 2 Euro nach oben geschraubt, den Preis. Vielleicht dann einfach mal noch warten, bis sich das wieder beruhigt hat und dann bestellen. So, ich werde jetzt mal hier ein bisschen anfangen zu bauen. Und werde euch dann wieder berichten, wenn ich was Interessantes finde. Achso, ja übrigens hier, ganz wichtige Information. Ja, auch Harry Potter fährt in der Wüste mit einem Rallye-Auto rum. Deswegen haben wir hier auch die Zauberstäbe mit dabei. Das ist jetzt Bauschritt 25. Da passiert auch immer gut was und sind wieder interessante Bautechniken dabei. Was nicht so stabil ist, ist dies hier. Das ist hier einfach nur auf einer Nuppe dran gesteckt. Hier die Seitenschweller. Warum sie da nicht dann wirklich hier auch quasi mit dreien gearbeitet haben. Ne, keine Ahnung. Haben sie nicht für nötig gehalten. Ist halt so. Ansonsten ist es interessant zu bauen. Und vor allem das Schöne ist, da haben wir keine Formteile irgendwie, die die Grundkarosse bilden oder irgendwas, die Plattformen. Sondern es ist wirklich alles mit kleinen einzelnen Steinen und Plates, hauptsächlich Plates, hier zusammengesetzt. Ein paar Baurichtungsumkehr mit dabei. Wirklich interessant gemacht. Also macht Spaß. Jetzt weiß ich, was es sein soll. Es soll eine G-Klasse sein. Hier vorne sieht man es eigentlich recht deutlich. Was eben schräg ist, hier haben sie anstatt eine 1x4-Fliese, eine 1x1, eine 1x2, eine 1x1 und dann einen Aufkleber, der komplett drüber geht. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Also eine 1x4-Fliese wäre da definitiv die bessere Wahl gewesen. Hier wiederum ist hier die Fliese einzeln beklebt. Da kann ich dann Aufkleber halt noch irgendwo akzeptieren. Die kannst du nämlich abnehmen und kannst dann woanders verwenden die Teile. Warum das jetzt hier so gelöst worden ist, weiß wahrscheinlich auch keiner. Dann, die Dinger hier fallen dauernd ab. Ich habe es jetzt erstmal an der Seite gelegt und machst du dann hinterher dran, wenn das hier fertig gebaut ist. Was noch schön ist, wollte ich euch auch noch gezeigt haben. Hier hinten ist so ein bisschen Supplies und ein paar Vorräte drin. Die sieht man aber hinterher gar nicht mehr, wenn das ganze Ding fertig gebaut ist. Das ist wirklich einfach nur für den Spaß beim Bauen selber. Das hätte man sich eigentlich auch schenken können. Das ist einfach nur, weil es halt nett ist, während man baut, dass man hinterher weiß, jo, alles klar, da ist was drin. Hier habe ich den Designern Unrecht getan. Ich war der Dämliche. Das Ganze musste hier um eine Noppe weiter reinversetzt werden. Und dann ist es auf vier Noppen fest und fällt auch nicht mehr ab. Also das war mein Fehler. Sonst, super cooles Ding. Schade halt, dass man nichts öffnen kann, um zu sehen, was hinten drin ist. Aber so an sich finde ich den richtig klasse und jetzt ist er auch stabil. Und schöne Höhe, schöne Warttiefe. Hier mit Leiter hinten, dass man oben drauf zu dem Gepäck kommen kann. Da hat er hier halt ein bisschen Werkzeug dran hängen. Sehr schön. Hier vorne, das soll wahrscheinlich ein Seilwind oder sowas darstellen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tolles Ding. So und jetzt kommen wir hier zu unserer Grundplatte, das hier hinterher noch mit dran gebaut werden kann. Und wir werden damit bei haben Kaktus und hier eine Wüsteneule und halt den Vogelstrauß, der den Kopf im Sand stecken hat. Damit haben wir dieses Set auch fertig. Wir haben hier halt noch ein paar schöne Details gebaut. Einmal hier den Vogelstrauß, der den Kopf im Sand steckt. Wobei ich den, ich glaube, hier von den Farben ein bisschen anders gemacht hätte. Das Grau sieht irgendwie trostlos aus. Die Kakti ist im Endeffekt die gleiche Bautechnik, die wir auch schon hier bei unserem Adlertier hatten. Und dann haben wir halt hier noch die Überreste von Hidalgo. Der hat die Wüstendurchquerung nicht geschafft. Der Zottel hier. Ja, so sieht das Ganze aus. Wieder ein schönes Ergänzungsstück hier zu unserer Strecke. Und jetzt bauen wir hier das letzte aus der Quadriga hier. Das ist dieser hier. 358 Teile. Der hat übrigens 354, den wir gerade gebaut haben. Das soll wohl ein Jeep darstellen. SUV steht dran. Sports Utility Vehicle. Das ist allerdings kein SUV, sondern das ist wirklich ein reinrassiger Geländewagen. Sonst würde der hier nicht mitfahren. SUV ist sowas wie so ein, keine Ahnung, jeder möchte gern Geländewagen, die vor Schulen rumlungern, wo Kinder mit direkt bis ins Klassenzimmer gefahren werden sollen. Also eigentlich was, was keiner braucht. Aber das Ding hier, das kann richtig was, wenn es jetzt ein echtes Auto wäre. Also, ne? Ich meine, der ist ja auch hier schickig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Serie wirklich richtig gut. Und ich habe eine Menge Spaß beim Bauen. Das letzte unserer vier Fahrzeuge ist auch fertig. Bau hat wieder Spaß gemacht. Nicht ganz so ausgefeilt Bautechniken wie jetzt zum Beispiel hier bei unserem Stuttgarter. Die sollten Amerikaner, die sind ein bisschen einfacher gestrickt. Nichtsdestotrotz macht es eine Menge Spaß, ihn zu bauen. Auch er hat wieder innen drin Vorräte, die er durch die Gegend fährt, die man hinterher gar nicht mehr sieht. Ein paar Werkzeuge oben drauf. Ja, es ist ein Jeep, das sieht man auch. Hier vorne hat er eine Seilwinde dran. Es ist wirklich cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Was nicht so schön ist, wir haben hier Aufkleber, die über mehrere Teile wieder gehen. Hier, hier und hier. Das ist eher suboptimal. Ich verstehe nicht, warum sie da keine konsistente Technik fahren. Wenn sie es immer so machen würden, dass es immer nur auf einem Aufkleber auf einen Teil ist und dann aneinander gestückelt wird, wäre hier definitiv die bessere Wahl. Ansonsten schickes kleines Auto. Also die Autos sind im Endeffekt wie zu groß geratende Matchbox-Autos. Also da können die Kids schon mit spielen. Und wenn du jetzt so guckst, also die sind schon stabil genug. Also der einzige, der, ich sag mal, wirklich hier Stabilitätsprobleme haben wird, ist hier der hier, weil das hier hinten, also ein bisschen wabbelig ist. Das wird abfallen. Der Rest ist gut stabil gebaut. Da brauchen wir sich keine Sorgen machen. So, und jetzt bauen wir hier das letzte bisschen Wüstenstrecke. Hier bauen wir jetzt gerade einen Wüstenbusch und der ist genau wie der Baum, den wir hier oben schon gebaut haben. Bei dem anderen Set wirklich, ja ich sag mal schon, Mocker-Qualität. Wir haben dann hier so diese typischen Blümchenbüsche und da kommen dann hier diese in grün drauf. Und das wird dann hinterher, wenn man es dann zusammengebaut hat, hier in so einen Modified Brick mit fünf Löcheraufnahmen reingesteckt. Und dadurch kriegt man dann einen schönen blättrigen Busch. Ja, das sieht schon gut aus. Das ist wirklich was für Leute, die sonst Mocken oder die so große Landschaften bauen und da wirklich eine geile Optik haben wollen. Ja, das finde ich schon eine tolle Bautechnik, die ich mir durchaus auch merken werde. Das sieht nett aus. Damit haben wir die komplette Serie fertig. Das vierte Set von den vier Sets haben wir auch fertig. Auto habe ich euch schon gezeigt. Und so sieht die Wüstenplatte aus. Wir haben hier ein wunderbares Dromedar-Kamel. Ich glaube Dromedar. Nur ein Höcker mit einem Sattel drauf. Diesen Busch, den ich persönlich echt klasse finde. Dann haben wir hier Narnia in der Wüste. Irgendwie eine total unmotivierte Lampe plus eine Wetterstation hier. Die ist übrigens wirklich sehr gut getroffen, finde ich. Da erkennt man durchaus die verschiedenen Geräte, die an so einer Wetteranlage dran sind. Der Wetter-Observationspunkt. Das ist cool gemacht. Ansonsten hier kleiner Kaktus, noch kleinerer Kaktus. Hier noch wieder irgendein Tier, was es nicht geschafft hat bei dem Wetter. Ja, also wirklich sehr, sehr schick. Und jetzt können wir das Ganze hier zusammenklemmen. Ja, und da haben wir sie alle zusammen. Alle vier Sets in einem schönen Diorama. Und ob man die jetzt natürlich hier passend da rein stellt, oder ob man das dann so macht, dass man hier einen auf die Piste schickt und die anderen schön davor drapiert. Das bleibt natürlich dann jedem selber überlassen. Aber prinzipiell muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir die Serie richtig, richtig gut. Und ich würde es feiern, wenn da vielleicht nochmal vier davon kämen. Von mir aus auch mit so einer leichten Möglichkeit, das Ganze hier abbiegen zu lassen oder sowas. Aber um das Ganze noch zu erweitern. Das würde mir wirklich gut gefallen, weil ich finde das eine schöne Idee. Das macht wirklich was her. Und der Bauspaß war ein großer. Wenn man jetzt bedenkt, dass das Ganze, was wir hier stehen haben, keine 40 Euro kostet, inklusive Versand und einem Schnipp und Stab. Und wir hier über 1.600 Teile, oder nein, das stimmt nicht. Moment, jetzt habe ich mich verrechnet. 1.400 Teile haben, um den Dreh rum. Da kann man hier echt nicht meckern. Also 1.300 irgendwas. Da muss man jetzt ja nicht hier pipslicher sein als der Papst. Aber das finde ich preislich völlig in Ordnung. Es macht wirklich Spaß. Tolle Bautechniken dabei. Man kann hinterher das Ganze auch gut hier mit den Teilen, hier als Teilespender gebrauchen, um irgendwelche anderen Sachen noch schön zu bauen. Das Einzige, was ein bisschen stört, sind die Aufkleber. Gut, die sind halt da. Aber das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich bei irgendwelchen Autobausets. Die sind ja meist, wenn die irgendwie so im Ready-Bereich sind, allübelst mit Aufklebern vollgetitscht. Die einzige Firma, die sich da, ich sage mal, rühmlich ausnimmt, das ist ja dann doch mega. Alle anderen klatschen ja immer alle Autos voll mit Aufklebern bis zum Abwinken. Klemmbausteinqualität ist gut. Die Klemmkraft der Steine ist gut. Würde ich sagen, ungefähr auf dem Niveau, wie wir sie von Lego auch kennen. Ich mag es ja gerne, wenn sie einen Tucken kräftiger klemmen, weil das dann einfach haltbarer ist. Das ist zwar beim Bauen ein bisschen anstrengender, aber dafür sind sie hinterher haltbarer. Es darf allerdings auch nicht zu viel sein, sonst leihen die Steine hinterher aus. Es ist immer so ein bisschen, ja, man muss dazwischen verschiedenen Übeln quasi wählen und da soll seinen Weg finden. Aber ich bin hier wirklich sehr zufrieden mit. Die Farben machen einen sehr guten Eindruck. Ich habe jetzt keine üblen Abweichungen festgestellt. Die Aufkleber könnten ein bisschen farbtreuer sein. Schwamm drüber, die Aufbauanleitungen, da kann man die Farben ganz gut erkennen. Das Einzige, was ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten ist, sind die silberfarbenen und die hellgrauen Teile. Da muss man ein bisschen gucken, wie viel von welcher Firma da, von welcher Art von Stein da ist. Aber ansonsten wirklich gut. Ich habe Riesenspaß gehabt. Ich hätte nicht so viel von erwartet und von daher bin ich da sehr positiv überrascht worden. Ja, das war es von mir hier bei dieser schönen Serie hier. Die Cool Team Serie von Sembo mit den vier verschiedenen Sets und der passenden Rennstrecke dazu. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, mir hier beim Bau zuzugucken und mich beim Bau zu begleiten. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen das Set auch durchaus ein interessantes. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und ansonsten bleibt mir nur euch viel Spaß mit euren Bauprojekten zu wünschen. Wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Schöne Zeit noch. Tschüss. Schöne Zeit noch. Tschüss. 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 Tschüss.